So, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Folge Hearthstone. Oh, was ist denn da los? Äh, ja, es ist Montag, gerade, 15.50 Uhr. Und ich dachte mir, ich mach jetzt einfach ein kleines Video für euch Hearthstone. Denn, ähm, normalerweise würde ich ja heute wieder, äh, weil ich, äh, heute, ja, wieder neu als Adventure-Map bringen würde. Aber weil die so häufig kommt, dachte ich mir, ich lass die heute mal aus, denn die kam ja gestern schon und da sollte eigentlich Minecraft tot kommen und ich will die ganze Zeit eigentlich Minecraft tot hochladen, hab aber noch keine Zeit für Aufnahmen, weil das immer ein bisschen lange dauert und dann muss ich auch immer die richtigen Leute noch dran kriegen. Und Dani hat gerade noch was auf Discord geschrieben. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall. Äh, Minekraft tot wollte ich bringen und da ich das nicht bringen kann und dann nicht immer als Ersatz die Adventure-Map bringen will, weil die dann sonst zu häufig kommt, meiner Meinung nach. Und das ist dann ja langweilig. Ähm, dachte ich mir, ich bring heute einfach mal so ein bisschen Special League einen Part Hearthstone und deswegen tue ich das jetzt einfach mal so 15, 20 Minuten. Nicht mehr, nicht weniger. So, und ich werde einfach mal, einfach mal hier so spielen. Ich hab auch gar keine Ahnung mehr von diesen ganzen Decks und so. Das ist mir alles nicht mehr im Kopf. Aber Schnäufeler, vor zwei Wochen zuletzt online. Ja, spielen auch irgendwie alle nicht mehr so häufig. Ähm, ja, ich wollte über zwei Sachen reden. Einerseits, ich hab's ja noch nicht so häufig... Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut. Ansonsten muss ich's halt leiser machen. Ähm. Äh, Ansturm... ... Okay. Ja, warum nicht? Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ich habe ja einerseits einen Twitch-Stream, auf dem ich streame zur Zeit. Ähm. Und da spiele ich Pokémon Randomizer, Pokémon Pearl. Habe ich gestern wieder gestreamt. War ein ziemlich cooler Stream. Könnt ihr euch auch noch im Nachhinein anschauen, zwei Wochen lang. Und die Highlights des Streams natürlich. Äh. Unbegrenzt. Die lustigsten... Weiß ich nicht. Drei, vier Minuten immer so. Habe ich als Highlight markiert. So. Ich hoffe, ich kriege Hardstone noch auf die Reihe. Ich hab nämlich hier nicht so den... ...den Peil davon. Und Daniel schreibt auf Discord, glaube ich, irgendwie. Aber ja, das ist einerseits... Ach. Nur damit ich ihn umbringen kann, ja. Ah ne, er will einfach nur... ...angreifen. Okay. Okay. Ähm. Ja, will ich den jetzt schon zerstören oder eher nicht? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich will ich ihm Schaden machen. Aber ich hab... Oh, ich kann doch keinen Hardstone mehr. Konnte ihn noch nie. Ähm. Wee, tolle Effekte. Ja, ich wollte nur irgendwas Schönes spielen. Aber wie gesagt, ich hab ne Twitch-Stream auf twitch.tv. Slash der Brain. Und da streame ich jetzt... ...aktiv. Nicht unbedingt regelmäßig, aber... ...aktiv. Auf jeden Fall. Und mein Handy ist nicht auf Stummen. Gute Idee. Äh. Kann ja mal gucken, was Daniel auf Discord geschrieben hat. Äh. Äh. Klar. Daniel will mitspielen. Glaub ich. Und mein Gegner ist eingeschlafen. AFK gegangen. Keine Ahnung. Was tut... Ja, egal. Twitch-Stream, Pokémon, Randomizer. Da spiele ich quasi Pokémon Perl. Aber alles ist komplett... ...random. Also die Attacken, die... Äh, nicht die Level. Die Attacken, die... ...die Stats. Und eigentlich alles. Also es ist wirklich komplett... ...random. So, einmal so. Und dann... Ähm... ...und dann ballern wir ihm... ...schön. Oh, mein Gegner ist nicht mehr da. Ja. Gut. Ja, in dem Fall kann ich Daniel kurz... ...äh, so. Hallo. Hallo, ich hab gerade Spaß mit TTS. Hi. Ich muss mal gucken, dass du in Discord... ...dann nicht zu laut bist. Ich hab das für Discord... ...noch gar nicht eingestellt. Ansonsten ist die... ...Hintergrundmusik... ...dementsprechend leise in Hearthstone, aber... ...in Hearthstone... ...in Hearthstone... ...Minecraft. Oh. Hast du gerade in TTS... ...Heil Minecraft vor? Nee, ist ein... ...Heil Minecraft vor? Ja, vielleicht... Warte, wie geht das? Slash TTS? Slash Text-to-Speech, ja. TTS. Okay, warte. Wir machen gerade voll die Scheiße. Ich höre das gar nicht. Nicht? Nein. Ich hab gerade Daniel L. Jackson... ...Kryptonite Bergman Miller vorliegen. Das muss ich auch mal hören. Das muss ich auch hören. Slash TTS. Was? Fünfzigste? Aber was labert die Alte immer davor? Äh, der und der sagt. Ach so. Verstehe. Wuschel-Pinguin sagt? Jaja. Äh, warte. Oh, höre ich das von dir nicht. Bin ich nicht berechtigt, die zu hören? Vielleicht. Normaler. Jetzt höre ich's. Abonniere, der Brain Pain. Hä, ist das so... Kann man die Sprache irgendwie um... Sorry, dass ich gerade in Hardstone so viel Kacke mache, aber das macht gerade Spaß. Äh, kann ich die Sprache irgendwie umstellen oder so? Keine Ahnung. Oh, ich bin jetzt übrigens aufgestiegen auf Rang 24, weil mein Gegner ausgetimt ist. Nice. So was nennen wir an Können. Muss ich jetzt mal schauen, wo ich Hardstone hab. Ja, da update mal. Ich hab gesehen, du warst das letzte Mal online vor... ...einen Monat. Das sind jetzt 1,4 GB. Gut. Ich kann ja schon mal noch ein Rumkitsch spielen. Ja. Was wollte ich erzählen... Oder was hab ich gerade noch erzählt, bevor Daniel auf Discord geschrieben hat? Erstens, ich hab gestreamt und hab den Stream auf twitch.tv. Und da spiel ich Pokémon Pearl Randomizer. Also, da wird echt alles durcheinander geschmissen. Zum Beispiel die Rocket Rüpel heißen Cop Jimmy. Und, äh, ja, mein Tourtalk ist Typ Elektrogeist. Ich hab ne TM gefunden mit Raumschlag. Von dem her, könnt ihr euch vorstellen. Und mein Start ist Trachini. Was? Was? Das sind jetzt 1,4 GB, na geil, Mienekraft. Das muss man aber umstellen können in den Einstellungen irgendwo. Bestimmt. Gibt's irgendwelche Discord-Standard-Einstellungen? Benutzereinstellungen vielleicht. Audio. Sprachaktivierung. Nee, kein Push-to-Talk. Benachrichtigungen. Hast du schon auf? Ja, ja, ich bin die ganze... Ich hab schon angefangen vorhin. Ich hab ja schon ein bisschen alleine kommentiert. Oh, dann war das vielleicht mit dem High- und Mienekraft nicht so ne gute Idee. Wo kann man denn? Ich wüsste gerne mal, wo man... Text-to-Speech ermöglicht das Abspielen von TTS-Kommandos. Kannst du mal googeln, wo man in Discord die TTS-Sprache umstellt? Weil Zombiel hatte auf jeden Fall ne deutsche Stimme. Also ich hab auch ne deutsche Stimme. Echt? Also meine klingt ziemlich... Hast du keine deutsche Stimme? Nee, irgendwie nicht. Minicraft? Nee, irgendwie nicht. Minicraft? Bei mir sagt sie mir ne Kraft. Ja, bei mir nicht. Warum? Was hast du eingestellt? Ich mach mal nochmal im Hintergrund ein gewertetes Spiel. Das habt ihr jetzt als Beilage. Hä? Google mal... Der Hauptgang ist natürlich TTS. Ja, google mal die Discord-TTS. Während ich... Ja, ich hab hier gerade so ein Text-to-Speech. Text-to-Speech. Wollte ich das ein bisschen erklären. Ich hab gerade erst mal mein... Hasswort... Für... Sprichdeutsch. Sprichdeutsch. Für Battlenut. Warte mal hier... Notification-Settings vielleicht? So, was sagt der Sprichdeutsch? Ja, bei mir sagt er... Bei mir hat er halt voll den ekligen englischen Dialekt, ne? Na, Karn-Schnitter kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich weiß... Was hab ich für ein Deck gewählt? Keine Ahnung. Ist immer super, wenn man... Na, egal. Äh... Ja, das war's. Das war's auch schon. Wow. Wie unglaublich, unglaublich. Magier haben ja normalerweise keine Waffen dabei, oder? Ich spiel den Schleim jetzt einfach mal. Mir geht's ja nicht ums Gewinn. Das ist jetzt hier gerade nur so... Beilage. Ähm. Ja, ich wüsste echt gerne, ob man die... Benutzereinstellung... Ob man die Text-to-Speech... Sprache... Aber ich hab meine Sprache auf Deutsch. Oh... Ähm? Oh, das hat ihm wehgetan. Oh, holy fuck, du hängst richtig hart. Hä, ich hänge? Ja, du... Besser gesagt, du hängst gerade. Ziemlich lange. Okay. Aber jetzt geht's wieder. Also, nochmal die Frage. Hast du dein Discord auf Deutsch? Ja. Bist du sure? Ja. Ich hab jetzt keine Voice-Einstellung, ehrlich gesagt, gefunden. Warte mal. Ich kann ja kurz hier so... Ich ignoriere gerade komplett irgendwie. Naja. Ähm. Was jetzt? So. Zurück an die Arbeit! So, dann krieg ich hier noch schön Rüstung dafür, Alter. Das sind die Kombis. Schaut's euch an. Bam. Vier Schaden. Ähm. Ja. Zeig mir mal deine... Äh, sag mir mal deine Benutzereinstellung. Ob du da irgendwas Besonderes hast. Zum Beispiel bei Text und Bilder oder so. Irgendwas. Eigentlich nichts, oder? Ich hab nur Emojis ausgestellt. Aber TTS... Ja, hab ich auch ausgestellt. TTS auf an. Dann möge ich das abspielen. Ich muss mich entscheiden. Dann Audio. Ist ja... Da kann man ja... Was ist bei erweitert? Hintergrundgeräusche. Ja, nee. Text und Bilder. Benachrichtigung. Text zur Sprache. Für alle Kanäle. Für den ausgewählten Kanal. So, warte mal. Und jetzt? Fever for Info in Salve. Test. Ja, aber das ist so eine komische Stimme bei mir. Das kannst du in der Aufnahme mal anhören. Ob das dieselbe ist, die du meinst, oder? Hm. Komm. Ähm. Na, ich eben auch nicht. Ich frage mich um. Also, ich muss auf jeden Fall mal hier... Angreif! Kein Problem! Das soll eine Waffe sein? Alter, ich fick den. Krass. Echt krass. Echt krass. MLG. MLG, ey. Du hattest sogar recht mit den 1,4 GB. Ja, ich weiß. Ich hab's ja gerade auch runtergeladen. Ach so. Slash T. Um jeden Benutzer für diesen Kanal vorlesen zu lassen. Warum... sagst du nicht... Minekraft? Mann, ich will aber nicht so... Mann, ich will aber nicht so... Warum sagst du nicht Minecraft? Also bei mir... Sagst du es auf Deutsch. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz meine Sprache auf... Englisch USA. Dann. So. Da wird auch gerne mal. Slash TTS. Test. So. Ja, jetzt hab ich eine englische Stimme halt natürlich. So, Deutsch. Recruit. Übersetzung des Cords. Fertig. Warum ist das so lustig? Slash TTS. Aber sie sagt bei mir... Man, ich will nicht diese Stimme. Die sagt bei mir nicht Minekraft. Minekraft? Sagt sie halt einfach nicht. Ich will nicht... So. Ja, im nächsten Zug ist er tot. Ziemlich lustig. Minekraft? Ja. Obwohl, er ist nicht tot. Wenn er mal ein Vieh umbringt. Aber ich glaube, er ist gerade zu dumm für das Spiel. Und irgendwie wird das, glaube ich, nichts mehr in dem Part mit uns zwei. Aber der hat ein Ding ins Rahmen. Einen. Von diesem anderen Spiel. Heroes of the Storm. Ah. Und er hat ein Geheimnis. Oh, bitte. Hast du ein Geheimnis? Warum hast du ein Geheimnis? Oh, lol. Und ich kriege noch einen mit Ansturm. Alter, muss der sich verarscht vorkommen. So, und jetzt noch einen mit Spott. Oh, Mann. Die Armee musst du dir mal anschauen. Ich glaube, der hasst mich richtig. Oh, der hat Eisbarriere. Nicht schlecht. Ja, da hat er tatsächlich nochmal mit seiner Eisbarriere einen Zug rausgezögert. Gut, gut gespielt. Gut gespielt. Hört sich jetzt an wie eine Beleidigung, wenn ich das so schreibe, aber... Gut gespielt. Alter, aber wie sie meinen Namen vorliest. The bear for in pe... For in... Boah. Krieg dich ein, Alter. Ich hätte halt gerne so extra TTS-Einstellungen irgendwie noch. Vielleicht kann man das im Browser nochmal genauer einstellen. Und jetzt hat er noch einen Spott heraus. Nur mich zu nerven. Egal, wir sind eh schon bei 18 Minuten. Also, ja, was ich euch noch erzählen wollte, irgendwie hat Daniel mich abgelenkt. Ich hab jetzt, ähm... Mit welchem töte ich den denn jetzt... Wir nehmen jetzt einfach mal den. So, dann hinrichten. Und dann, äh, haben wir einen mit genau zwei. Ah, warte, der hat noch nicht angegriffen. So, ähm... Ja, da hab ich einen Schaden gekriegt und den hab ich mir selber zugefügt. Nicht schlecht. Ich bin Rang 23, glaub ich, oder? Nee. Nee, noch nicht. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte... Ich hab jetzt Discord. Übrigens. Habt ihr vielleicht gehört. Also, ich hab übrigens noch einen für deine englische Stimme. Ja. Ja, das versteht man halt mit der Stimme. Ach, Mann, aber ich will nicht diese englische Stimme. Vielleicht muss ich's updaten mal oder so. Ha. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich guck mir jetzt Discord-Settings an und... Ihr habt jetzt ein paar Tatstorn mit TTS gehört. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich will verfolgen meine Kraft. Äh, eh. Ja. Ja, würde ich sagen. Tschüss. Warte? Wenn du wüsstest, was sie da vorliest. T-S-C-H-I-I-S-S. Alles klar. Gut. Ja. In dem Sinne. In dem Sinne. T-S-C-H-I-I-S-S. In diesem Sinne. Vielen Dank.